Willkommen zu einer neuen Episode von japanische Armbanduhren. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid und möchte euch heute eine beeindruckende G-Shock vorstellen, die MTG B1000 in der Farbversion 1AER. Und der Tommy aus der japanischen Armbanduhren Facebook-Gruppe war so freundlich, mir die zum Review zu überlassen. Vielen Dank dafür. Vorweg sei noch gesagt, wenn euch diese Videos hier gefallen, lasst ein Like da und abonniert die Gruppe sogar, dann verpasst ihr kein Video. Wir haben hier ein MTG-Modell, also eine sogenannte Steel G-Shock, die von der Qualität und aber auch vom Preisniveau am oberen Ende der G-Shocks liegt. Preislich meistens noch über diesen Masters of G, wo die Unterschiede sind, da kommen wir gleich noch drauf. Wir haben hier eine Uhr mit circa 52 mm Durchmesser, also sehr ordentlichen Durchmesser, aber eher ein übliches Maß für G-Shocks. Spannend ist das Gehäuse, was erstens sehr, sehr hochwertig gefertigt ist. Ihr seht verschiedene Polituren und Schliffe findet ihr hier auf der Uhr. Das ist alles sehr gut gemacht. Ein paar Gebrauchsspuren sind vorhanden. Das zeigt, dass der Thomas die Uhr gerne trägt. Wir haben hier ein Stahlgehäuse, das quasi ein Käfig bildet für ein Kunststoffmodul, was dort eingebettet ist. Man könnte also theoretisch diese Schrauben hier lösen, mit denen das Band festgemacht ist. Diese hier lösen, die Schalen auseinandernehmen und den inneren Teil, das Modul, hätte man dann einzeln in der Hand. Natürlich ist die Uhr nicht nur hochwertig gearbeitet, sondern bietet auch die Vorteile einer G-Shock, also stoßresistent, wasserdicht und ja, die macht jeden Spaß mit. Und hier eben in einer Metallversion, wenn man also keine Kunststoffuhren mag, wie die G-Shocks üblich sind, ist das ein heißer Kandidat, wenn man was, ja, was Robustes am Handgelenk haben will. Die Uhr schützt ein Saphirglas. Das ist leicht gewölbt. Ihr seht das. Sieht ganz cool aus, auch mit diesem schwarzen innenliegenden Ring, der ja verschiedene Länderkennungen hier eingeprägt hat. Das ist, weil die Uhr eine Weltzeitfunktion hat. Man kann also sich immer auf dem unteren Hilfsziffernblatt eine zweite Zeitzone anzeigen lassen, kann da auch relativ schnell hinspringen. Wir haben hier eine verschraubte Krone, mit der ich die Zusatzfunktionen bediene. Die Pusher sind nicht verschraubt. Hier links oben seht ihr die Funktion angezeigt, die momentan den Wochentag. Die Ladestandsanzeige ist dort auch möglich. Wenn wir eine Sekundenzeige weg springen, sieht man hier ST, TR, AL, also Stoppuhr, Timer, Alarm. Gehen wir hier auf die Stoppuhr. Ihr seht, das Hilfste vom Blatt unten spult zurück. Sieht ganz cool aus, auch wie, ja, es wird simuliert, dass er schneller läuft, dann langsamer über das Ziel hinaus und korrigiert dann nochmal zurück. Ich zeige das nochmal, das sieht zu cool aus. Moment. Jetzt läuft er wieder zurück. Jetzt achtet drauf, hier auch, wie langsam er sich dem Ziel nähert. Oder wenn ich jetzt auf die Stoppuhr wieder stelle. Zurück und springt zurück. Also sehr cool gemacht. Auch das Licht, wir haben hier Loom auf den Zeigern und auf den Indexen, haben aber nochmal eine Beleuchtung. Ich gucke mal, ob man das bei hier dem Licht sieht. Die faded rein und faded wieder raus. Das hat man bei den normalen G-Shocks nicht. Es ist leider zu hell jetzt im Moment. Aber müsst ihr mir glauben, es wird heller und langsam wieder dunkler. Wir sind hier auf der Stoppuhr. Da waren wir stehen geblieben. Hier oben starten wir die Uhr, stoppen und nullen auch wieder. Timer läuft halt eine Zeit zurück. Alarm kann man hier unten die Alarmzeit einstellen. Das Band hier bei der Uhr ist ein Resinband, also ein Kunststoffband. Das ist hier ein sehr hochwertiges Material. Aber dadurch, dass es hier sehr dick ausgeführt ist, eher kräftig. Also das ist kein ganz, ganz weiches Band. Das liegt nicht daran, dass das hier von dem Kunststoff her eine nicht so tolle Qualität ist. Die ist super. Aber weil es eben dickes Band ist, ist das Band nicht ganz so weich. Wir sehen hier die Rückseite der Uhr. Diese Serie ist in Japan hergestellt. Wir haben die auch zusätzliche Angaben. Saphir-Kristall, Tough Solar, Multiband. Also das ist eine Funkuhr, die ja auf fast der ganzen Welt ein Funksignal empfängt. Zusätzlich hat die eine Bluetooth-Funktion. Man kann mit einer App die Uhr ans Handy koppeln und dann hat die immer aktuell genau die richtige Zeit. Also verarbeitungsmaterialmäßig ganz klar über Master of G anzusiedeln. Aber diese Master of G haben einen Sensor, der Luftdruck, Kompass etc. Funktionen hat. Das hat die hier nicht. Das will also keine Outdoor-Uhr sein für den Abenteurer, sondern eher eine G-Shock für den Mann auf Reisen oder jemand, der einfach diese Uhr hier mag. Sehr schön. Ich freue mich, dass ich hier einigermaßen gut anfangen kann. Ist die Tiefe des Ziffernblatts. Ihr seht von der Verarbeitung ist das schon eine feine Uhr, wenn auch die ja toolige, robuste Optik natürlich gefallen muss. Ihr seht verschiedene Ebenen aufgesetzt, verschiedene Materialien. Ja, eine ganz feine Uhr. Rein technisch auch. So. Jetzt werde ich die Uhr mal anlegen, damit ihr vielleicht entscheiden könnt, ist das eine Uhr für mich? Ist die vielleicht zu groß? Passt die zu mir? Mal schauen. So, da habe ich das gute Stück am Arm. Wie gesagt, 52 mm Durchmesser, auch eine relativ große Breite hier. Aber ich muss schon sagen, die ist sehr, sehr komfortabel. Ich habe 17,5-18 cm Handgelenksumfang, also eher auf der kleinen Seite. Ich habe auch keine großen, mächtigen Hände. Aber die Uhr passt schon ganz gut. Wenn man eine G-Shock tragen kann, kann man die auch tragen und die ist mindestens genauso komfortabel wie andere G-Shocks. Also die bleibt genau auf dem Handgelenk sitzen, wo sie soll. Obwohl ich die nicht wirklich stramm habe. Ich habe die eher locker. Ja, bleibt die genau da, wo sie hingehört. Ich kann mir vorstellen, dass das im Alltag auf jeden Fall eine Uhr ist, ja, die man am Ende des Tages gar nicht mehr merkt, aber sieht. In diesem Sinne, das war das, was ich zu dieser Uhr sagen wollte. Vielleicht noch den Preis. Wir liegen hier ungefähr bei, ja, über 500 Euro, eher 6, 700 Euro, je nachdem, für welchen Preis man sie bekommt. Das ist also schon ordentlich Geld, was man dafür hinlegen muss. Da gibt es auch viele andere tolle Uhren für das Geld. Aber für den Fan von G-Shock oder für jemanden, der genau auf diese robuste Optik steht, macht man damit nichts falsch. Also auf jeden Fall eine richtig feine Uhr. Nochmal danke fürs Leihen. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder hier dabei seid und wünsche euch noch einen ganz tollen Tag. Ciao!